Seid gegrüßt ihr Abenteurer und willkommen zurück zu Let's Play Ghosts of Tsushima, Iki Island. Wir haben in der letzten Folge die Anführerin des sagenumwobenen Adlerstammes der Mongolen, die Tsushima angegriffen haben, kennengelernt. Und was sie für grauenhafte Sachen mit den Menschen hier machen. Und zwar sorgen sie durch ein Gift dafür, dass diese Menschen mit den schrecklichsten Erinnerungen und Erfahrungen, die sie in ihrem Leben gemacht haben, konfrontiert werden. In Form von Halluzinationen und dass das diese Menschen fertig macht, ist glaube ich nicht weiter verwunderlich. Und wir werden uns jetzt nach und nach natürlich zum Kampf rüsten, damit wir die Anführerin dieses Adlerstammes vernichten können. Das wird nicht einfach. Ich denke, dass wir noch einige Stunden trainieren müssen, beziehungsweise ihre Schergen besiegen müssen, damit wir irgendwas gegen sie unternehmen können. Aber es wird langsam. Natürlich ist auch eine der Ziele, die wir haben, vor Sakai wieder einzunehmen. Und ein weiteres Ziel wäre, uns mit den Plünderern zu verbünden, die hier auf Iki leben. Und den Samurai eigentlich nicht besonders, ja, freundlich gesinnt sind. Freundlich gesonnen. Aber, ja, ich denke, wenn Jinn es schafft, seine Herkunft ein bisschen zu verschweigen, dann passt das soweit. Was haben wir denn hier? An die Vergangenheit erinnern? Ich kenne dieses Schlachtfeld. Ich wollte diesen Ort vergessen. Das ist das Banner der Sakai, glaube ich, ne? Und er erinnert sich jetzt an eine Episode aus seiner Vergangenheit. Das ist ja auch interessant gemeint. Fürst Adachi. Ich bringe euch zu eurem Vater. Ah, cool. Dass wir tatsächlich nochmal Flashbacks wieder haben werden, das ist natürlich... Oder haben würden. Wie soll sich denn das so anfühlen, Fürst Adachi? Siege müssen sich nicht gut anfühlen. Hier brennt alles. Heftig. Kazumasa. Er muss ein legendärer Samurai gewesen sein. Das waren keine Krieger. Das waren einfache Dorfbewohner. Mit rostigen... Genug. Ich will allein mit meinem Sohn reden. Fürst Adachi. Speist die Männer. Und lasst sie trinken. Komm mit. Wir gehen einmal um den Baumstamm herum. Oh, das ist gar kein Baumstamm. Was ist heute passiert? Die Dorfbewohner hielten Plünderer versteckt. Wir haben sie abgeschlachtet. Alle Männer des Dorfes. Die Samurai waren heißblütig, ja. Doch diese Narren griffen uns an. Der Mann, den ich. Dieser Mann war ein Verbrecher. Du hast dich heute gut geschlagen. Besser, als ich erwartet habe. Vater. Wir folgen den Befehlen unseres Jito. Steh, erhobe den Hauptes. Heute warst du ein Krieger. Wärt ihr heute hier, Vater? Wird ihr meine Taten ebenso belegen? Erinnerungen an Qualen. Interessant. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen, muss ich sagen. Ich frage mich, wie viele davon wir noch finden werden. Wir können ja gleich mal in das Tagebuch gucken. Das ist auf jeden Fall interessant. Und ich hoffe, dass es noch einiges aufdecken wird. Vor allen Dingen zwischen, oder zum Verhältnis zwischen Kasumasa und Jinn. Denn das scheint jetzt nicht unbedingt das Beste gewesen zu sein, wie wir jetzt eben schon gesehen haben. Also Jinn war nicht überzeugt von den Lehren seines Vaters oder seiner Vorgehensweise. Interessanterweise können wir hier... Erinnerungen an deinen Vater. Vor 15 Jahren hast du dich dem Feldzug deines Vaters angeschlossen, um Ikki zu befrieden. Die darauf folgenden Tage und Ereignisse plagen sich dich seitdem. Eins von fünf. Fünf Stück also. Ja, ich denke, dass da noch einiges passieren wird. So, wir werden uns jetzt diesen unentdeckten Ort mal anschauen. Und wir können ja an sich mal unser Pferdel rufen. So, in die Richtung. Ja, wir haben natürlich, wie gesagt, diese Sturmritt-Fähigkeit kennengelernt und lieben gelernt vor allem. Denn die erschien mir doch relativ stark. Vor allem, wenn man sie jetzt dann noch auflevelt, sollte das eine ziemlich heftige Fähigkeit sein. Ich meine, wir verbrauchen ja Entschlossenheit, wenn wir sie anwenden und nicht zu wenig. Allerdings können wir auch Entschlossenheit generieren, wenn wir das Ganze eben halt aufleveln. Dann gibt es ja eine Chance, das zu generieren. Und das ist natürlich wahnsinnig stark. Ja, harter. Lass mal mal eben gucken. Hier können wir runter. Dann werden wir jetzt mal eben hier rüber gehen. Irgendwo. Oh, das ist so eine Bogenschießübung. Bogenherausforderung. Ja, die würde ich doch gerne mal ausprobieren. Kumpfen versteht. Tretet näher. Fordert ihr mich heraus? Kommt darauf an. Seid ihr für oder gegen diese Mongolen? Gegen. Mehr muss ich nicht wissen. Wir haben zur Vorbereitung auf eine neue Samurai-Invasion Bogenziele auf Iki verteilt. Stattdessen kamen die Mongolen. Wenn ihr üben wollt, schießt so schnell ihr könnt einen Fall durch alle Laternen. Ich habe schon zu Pferdekrieger erschossen. Da treffe ich wohl ein paar Laternen. Sie zu treffen ist eine Sache. Schnelligkeit einer anderen. Wenn ihr bereit seid, wir bleiben feilen. Schnelligkeit also. Bogenherausforderung. Ach, kommt schon. Auf einen neuen. Gold in sieben Sekunden? What? Seriously, wie soll man das denn in sieben Sekunden schaffen? Talisman der Konzentration, äh die Konzentrationszeit. Es geht in die richtige Richtung. Krass. Abgeschlossen in 20 Sekunden. Wie soll man das denn so schnell schaffen? Mein Rat? Stellt euch vor, ihr schießt auf Samurai. Das einzige, was mir hier einfallen würde, wie man das schneller machen kann, ist eben mit der Konzentrationsanzeige. Aber selbst das dürfte schwer werden. Wie soll man das denn in sieben Sekunden schaffen, Leute? Sieben Sekunden? Sieben Sekunden? Und wir haben den Talisman in der Konzentration bekommen. Wo haben wir den denn? Ich sehe ihn nicht. Präzision. Das kann natürlich auch einer von den höheren hier sein. Wo ist er? Schatten, Stande, Verjüngung, Immunität, Lebenskraft, Resistenz, Talisman der Konzentration. Öh die Konzentrationszeit von um 0,1 Sekunde. Also nicht besonders lang. Niederer Fernkampf-Talisman. Mittlere Erhöhung des Pfeilschadens. Oh, da haben wir ihn. Vielleicht nehmen wir ihn stattdessen hier rein. Da habe ich ihn irgendwie schon wieder verpasst. Ja. Okay, wir probieren es nochmal mit. Okay, das verlassen wir nochmal. Ähm... Das ist echt schwer. Na, jetzt haben wir immerhin schon mal Silber geschafft. 14,4 Sekunden. Talisman verbessert. Das war ein guter Trick. Wisst ihr was ich glaube? Wenn wir in allen Bogenprüfungen nach und nach so Bronze oder Silber schaffen, dann haben wir die Konzentrationsanzeige so weit verlängert, dass wir auch die Goldprüfungen nach und nach schaffen. Ich glaube das ist der Trick. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Alles andere ist glaube ich schwierig. Alles andere ist glaube ich schwierig. So... Ähm... Ja, wir haben jetzt natürlich mehrere Möglichkeiten und ich denke mal, das ist gar nicht so blöd, wenn wir uns mit Tenzo treffen, um unser Verhältnis zu den Plünderern voranzutreiben. Für sie sind wir ja aus Yarikawa. Und solange sie denken, dass wir aus Yarikawa kommen, sollte das alles kein Problem sein. Ich befürchte halt, dass es sich nicht... Ja... Ihre Worte haben uns so in Angst versetzt, dass nicht mal mehr die Rolle geklappt hat. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt eben noch sagen wollte. Aber... Das war nicht so wichtig. Bambus sind wir noch komplett voll, das wundert mich auch nicht. Sieht aus wie ein schöner Wald hier. Triff dich mit Tenzo, damit er dich zu einem Plünderern bringt. What have we here? Ein zerstörtes Haus. Da drüben haben wir ein Pferd. Das müsste Tenzo sein. Da ist der. Da drüben sind auch noch Schiffe. Hey. Doch diese Mongolen-Schweine waren vor uns hier. Sie verdienen ein anständiges Begräbnis. Dauert nicht länger. Ich helfe dir. Das musst du nicht tun. Ich weiß. Ich möchte es. Nimm meine Schaufel. Rückkehr eines Plünderers. Mögen sie Frieden finden im nächsten Leben. Hätte dich nicht für religiös gehalten. Ich stecke voller Überraschungen. Du wolltest überlegen, ob du mich zu deiner Bande bringst. Hast du dich entschieden? Kommt darauf an. Beeinflusst das Gift des Adlers dich noch? Ja. Doch es macht mich nicht langsamer. Bring mich zu deinen Plünderer-Freunden. Und ich zeige euch, dass ich mitkämpfen kann. Na gut, Samurai. Uns steht ein langer Ritt bevor. Halt mit mir Schritt. Ich wollte gerade sagen, als Beweis müsste ihn eigentlich dienen. Wo ihm bringst du mich? Eine alte Plünderer-Festung. Einst versteckten wir uns dort vor den Samurai. Und jetzt schützt sie uns vor den Mongolen. Hast du keine Bedenken, einen Samurai euer Versteck zu zeigen? Doch und wie? Aber wir brauchen jeden, der kämpfen kann. Sieh dich einfach vor, wenn wir dort sind. Seit der Sakai-Invasion sind die Samurai noch unbeliebter als eine Grube voller Giftschlangen. Die Sakai-Invasion? Der Schlechter von Iki und seine Bande dachten, sie könnten Recht und Ordnung auf unsere Insel bringen. Wir haben es ihnen gezeigt. Doch es hat uns viele gute Leute gekostet. Wie ich gehört habe, war keine Seite unschuldig. Da ist was Wahres dran. Einen sauberen Krieg gibt es nicht. So ist es wohl. Äh, wie gesagt, normalerweise sollte es ihnen... Äh... Mongolen. Sie kennen den Eingarten Zeitpunkt. Sie kennen den Eingarten Zeitpunkt. Kämpfen wir, Samurai! uity,rarian passagen, sicher! ixier es garage r ne u uch das i lol krass was ich eben noch sagen wollte normalerweise sollte es ihnen als Beweis dienen dass wir kämpfen können dass wir Kotun Kahn getötet haben aber wenn ja bekannt ist dass Jin Sakai Kotun Kahn getötet hat oder der Geist dann dürfen wir ihm das natürlich nicht sagen beziehungsweise er bringt das mit uns ja gar nicht in Verbindung denn ansonsten würde er uns natürlich nicht trauen ähm wo haben wir hier denn jetzt noch Gegner irgendwo muss hier offensichtlich noch einer rumschwirren Fisi hier kommen wir nicht rein das war Fone wenn Fremde unser Heim finden blockieren wir den Eingang und töten die Zeugen ausnahmslos ich hoffe sie behandelt eingeladene Gäste besser wir werden es bald sehen wie kommen wir rein nur übers Meer da gab es vor Jahren einen Weg vor meiner Zeit ich weiß nicht ob er noch existiert versuchen wir es okay übers Meer also wie viele Samurai hat dieser Mann ermordet erinnert ihr euch an den Diener eures Vaters? seine Kehle wurde aufgeschlitzt als er schlief sein Blut befleckte euer Zelt genug ja manchmal höre ich die Stimme des Adlers als würde sie deine Gedanken lesen nein ich höre meine eigenen Gedanken von denen ich nicht wusste dass ich sie denke krass aber in ihrer Stimme ich hoffe das hört auf ja also wir vergiften unsere eigenen Gedanken quasi es leuchtet ein dass die Samurai euer Versteck nicht fand sie überlebte als einzige Festung auf Ikki die Sakai Invasion hoffentlich auch die Mongolen krass also die ist wahrlich gut versteckt kein Weg hinüber es gibt immer einen Weg so etwas müssen Samurai wohl sagen und Räuber müssen immer stänkern nur die Schlau und schöner Trick sowas brauche ich auch es war ein Geschenk eines brillanten Freunds ja der leider nicht mehr lebt und da können wir es nochmal machen das ist echt cool mit diesen adaptiven Trägern das ist für mich auch ein echter Gewinn irgendwie das haptische Feedback such einen anderen Weg einen anderen Weg suchen ah ich wollte gerade sagen das sieht doch nicht schlecht aus kommt der denn mit oh hä 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 wie hätte man denn das jetzt überleben sollen hallo spring du kannst gerne mitmachen du kannst gerne mitmachen ah ok verstehe ah ja also mussten wir da gar nicht so weit rüber ach du Scheiße Freunde von dir Freunde würde ich sie nicht aber ja ich kannte sie jetzt hat uns ihr Kriegsschicht schon vier Schiffe gekostet und sie sind gefährlich nah am Lager also gegen die muss man mal was unternehmen ich bringe uns hier durch erstmal ein bisschen was einsammeln hier Bambus voll natürlich wie er bringt uns hier durch ach wir müssen uns wieder einreißen ein paar Vorräte auch wenn wir die an sich gar nicht mehr brauchen können so viele wie wir haben es sei denn es gibt noch irgendwelche heftigen Upgrades er lockt euch in ein Versteck von Mördern sie werden euch ebenso töten wie sie euren Vater getötet haben naja nicht solange sie nicht unseren wahren Namen kennen von daher Funes Zuflucht vor allen Dingen öffnen wir jetzt einfach das Tor ich wollte gerade sagen Fune ist eine Sie okay ich habe es jetzt nicht geschnallt beeindruckt sie dann lassen die Wölfe von dir ab und wenn mir das nicht gelingt sie hat schon Männer gefesselt und von der Flut ertränken lassen und einen Verräter mal als Möwenfutter am Mast ihres Schiffes auferknüpft das ist nicht was man mit einem Samurai macht mir war bisher halt nicht klar dass Fune ein weiblicher Name ist aber gut dafür kennt man sich mit japanischen Namen auch zu wenig aus so auf jeden Fall eine coole Festung hier klar nicht besonders groß aber einige Männer haben sie hier noch mehr Opfer des Adler Gifts sie hatten nicht so viel Glück wie du Tenzo uns gehen die sauberen Tücher aus sie in den Schubladen nach reiß mein Hemd in Streifen gehen wir Gin Fune wartet war das dein Haus? es wurde gebracht da ist Fune beobachtet uns von ihrem Lieblingspunkt aus Tenzo schwing deinen Arsch hier rauf ich komme Fune denk dran sei nett sei einfach nicht du selbst dann passt es schon schwing deinen Arsch hier rauf da bist du ja Tenzo ich kann das erklären das hoffe ich denn ich möchte wirklich gerne wissen weshalb du einen Samurai zu mir einlädst du sagtest finde Leute die kämpfen können ja für uns nicht gegen uns wenn ich euch töten wollte bürstet ihr davon Gin ist schon gut Tenzo lass mich hören wie der Samurai sein Grab schaufelt ich bin hier weil die Mongolen auch meine Heimat bedrohen wird dem Adler hier nicht Einheit geboten bringt sie ihre Armee und ihr Gift nach Tsushima wir können sie besiegen und unsere Heimaten retten aber nur wenn wir zusammenarbeiten er ist dein Fang Tenzo was meinst du vielleicht hilft er uns oder die Mongolen spießen ihn auf und du kannst mit einem weiteren Samurai Tod auf Iki angeben jedenfalls haben wir nichts zu verlieren also gut Samurai werdet bloß nicht seekrank wenn der nächste Sturm aufzieht greifen wir mit allen Booten in dieser Bucht das Mongolen Kriegsschiff an dabei würde die Hälfte eurer Männer sterben bringt mich auf dieses Schiff ich versenke es Tenzo schaff mir den Witzbold aus den Augen Jin hat nicht ganz Unrecht wir kommen nicht einfach an Bord des Schiffes aber ein mongolisches Boot aus Iki bringt alle paar Tage Vorräte hin wir könnten dieses Dross Schiff für unsere Lieferung kapern Tenzo wenn du glaubst dass das klappt übernimm das ich brauche ein paar Männer Jin mit eingeschlossen in Ordnung das Tross Schiff liegt an der Nordostseite der Insel such nach einer kleinen Bucht an steilen Klippen wir sehen uns dort Fune war mir eine Freude werdet nicht übermütig Samurai so ein richtiger Fan von uns ist sie noch nicht aber das kann ja noch werden außerdem haben wir unsere Legende standhafter Sohn ist jetzt die nächste Stufe interessant wieder einen Skillpunkt dazu bekommen Talisman der endlosen Reserve verdoppelt die Menge der aufgehobenen Munition beim Plündern ist auch nicht schlecht Aufzeichnung aktualisiert Jin aus Yarikawa Tenzo hat mich Fune und ihrer Mannschaft von Plünderern vorgestellt die einen aussichtslosen Kampf gegen den Arterstamm führen ich habe sie überzeugt dass ich Tenzo helfen kann das Platz zu wenden indem ich ein mongolisches Kriegsschiff vernichte das an der Küste von Iki wütet ja das ist auch wirklich wichtig dass das zerstört wird wir haben ja gesehen was das Ding anrichtet und das nicht zu knapp ich mache jetzt erstmal das hier unten mit der Harmonie Tierheiligtümer dann haben wir da jetzt auch alle kennengelernt so jetzt müssen wir nochmal eben hier gucken hier haben wir die Zuflucht hier ist ein Legenden erzähler ein Schwertschmied Rüstungsschmied Bogenmacher haben wir auch aber wie gesagt wir haben natürlich keine Verbesserung mehr in irgendeiner Form hier ist hier hinten ach du Scheiße das ist ja ganz schön weit wir können uns ja mal diese Legende von Schwarzhand Riku angucken jemand in Funes Zuflucht erzählte Geschichten über eine verfluchte Sarugami Rüstung das könnte interessant werden und diese Sarugami Rüstung könnte uns natürlich helfen ja das könnte uns jetzt geben ja 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 ja